Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich mal kurz darüber reden, ob es Sinn macht, sich Kamera-Akkus von Drittherstellern zu kaufen für deutlich weniger Geld, was da die Vor- und Nachteile sind, meine Erfahrungen etc. Ja, wer kennt das Problem nicht? Man kauft sich eine neue Kamera, da ist ein Akku dabei, bei Sony, bei der A7 III beispielsweise nicht mal eine Ladestation für dieses Akku, also man kann das Akku nativ nur an der Kamera laden, da schaut man schon mal nicht schlecht aus der Wäsche. Auch wenn das Akku sehr, sehr stark ist, wenn ich auf mehrtägigen Touren bin, wo ich vielleicht gar nicht immer die Möglichkeit habe, die Kamera zu laden, ist es natürlich schon ein Thema, Zweitakku, Drittakku etc. Ich filme jetzt hier noch beispielsweise mit der Sony ZV-E10, da ist der Akku noch der kleine, nicht der FZ100, wie jetzt in den A7 III aufwärts großen Kameras, sondern noch der kleine aus der A6000er Reihe. Da ist es natürlich noch mal mehr ein Thema mit dem Akku. Und da stellt man sich natürlich relativ die Frage, ist es das wert, ich glaube um die 70 Euro für das Originalakku auszugeben, oder kriege ich vielleicht auch zwei für einen noch geringeren Preis. Und das habe ich einfach mal ausprobiert und bin jetzt ungefähr ein Jahr unterwegs gewesen mit Fake-Akkus und habe mich dabei für RevPower entschieden. RevPower, das habe ich jetzt gerade mal gecheckt auf Amazon, ist aktuell nicht verfügbar, aber es gibt mehr als genug andere Hersteller, bei denen die Bewertungen ähnlich gut aussehen. RevPower kommt daher mit so einer schicken Ladestation. So, da seht ihr die einigermaßen. Ja, und die Akkus, ich habe jetzt hier zwei Akkus in der Hand, die tun sich nicht viel in der Optik und in der Haptik. So sieht ein RevPower Akku beispielsweise aus. Kurz an der Stelle der Hinweis, ich werde von RevPower oder irgendeiner anderen Akkufirma nicht für dieses Video bezahlt. Ich mache das einfach nur, weil ich mal so ein bisschen meine Erfahrung damit teilen möchte, weil ich damals natürlich auch vor der Entscheidung stand, na macht es Sinn, performen die vielleicht schlechter, ist die Lebensdauer geringer etc. Und da möchte ich so ein bisschen drauf eingehen. Also, wir haben hier eine Ladestation dabei, was Sony leider nicht geschafft hat bei den Kameras für 2000 Euro plus, was ich schon sehr schwierig fand. Ja, und dann stecken wir das Akku hier rein und dann lädt es auch schon. Das gleiche können wir auch mit dem Original Akku machen, das kann hier genauso reingesteckt werden. Wir haben vorne eine Akkuanzeige drauf, USB-C-Port und dann lädt es auch ziemlich flott. Und ich muss sagen, in den letzten Jahren, wo ich dieses Akku benutzt habe, habe ich selten, auch nur im Hauch, einen Unterschied festgestellt in der Leistungsfähigkeit des Original Sony Akkus, was bei der Kamera dabei war und dem RevPower Ersatz Akku, was ich dann immer auf Reserve dabei hatte. Von daher kann man vielleicht schon mal erahnen, dass ich es nicht ganz bereut habe, es in den Schritt gegangen zu sein. Kurzer Hinweis, das gesamte Set, also zwei Akkus plus die Ladestationen, haben 50 Euro gekostet. Im Vergleich, ein Akku von Sony ohne Ladestation liegt bei 65 bis 70 Euro aktuell. Ihr merkt schon, wir sind hier mindestens bei der Hälfte des Preises, wenn nicht sogar mehr, für eine Qualität, die nicht spürbar schlechter ist. Von daher, kleiner Spoiler schon mal, der Kauf hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das gleiche Erlebnis habe ich bei den Sony Akkus der Sony Z4-E10. Da bin ich auch auf Dritthersteller Akkus zurückgegangen und habe es auch nicht bereut. Ich glaube, die waren von Baxter Pro oder so, das packe ich euch auch mal einfach unten in die Beschreibung rein, falls jemand die kleinen Sony Akkus braucht. Ja, und was soll ich sagen? Das war es auch eigentlich schon mit dem Video, weil ganz kurze, knackige Botschaft, wenn ihr darüber nachdenkt, Dritthersteller Akkus zu kaufen, probiert es einfach aus. Ich kann es euch wärmstens empfehlen, ich habe damit keinerlei Probleme gehabt. Es gab mal eine Zeit, das habe ich zumindest so aus den Bewertungen entnommen, wo diese Akkus quasi softwareseitig nicht erkannt wurden, weil Sony da einen Riegel vorgesetzt hat. Das Problem habe ich aktuell auf jeden Fall nicht. Und solange dieses Problem nicht vorhanden ist, muss ich auch ganz klar sagen, lohnt es sich nicht, auf Sony Original Akkus zurückzugreifen, beziehungsweise die Dritthersteller lohnen sich einfach mehr. Wie sieht eure Meinung dazu aus? Habt ihr eine ähnliche? Oder sagt ihr, nee, ich bleibe auf jeden Fall bei den Original Akkus meiner Kamera, weil die für mich einfach besser funktionieren, weil ich da ein besseres Gefühl habe, sicherheitsmäßig. Akkus ist natürlich auch immer ein Thema. Wenn ihr da Bedenken habt, auch gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr kein Video dieser Art mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Abo auf diesem Kanal, da hier kommen wöchentlich Videos rund um Kamera, Talks, News, Tipps und Tricks und so weiter. Ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.